Die Höhle führt nach unten. Achso, das war aus Versehen das da. Ja, was immer ihr will. So, Hüter ist tot. Ihr, ihr würdet doch keinem Gnome was tun, oder? Ihr habt den Wechter, wie ihr seht, und es ist allen befeilt. Ich wünsche euch, könnte ich auf der anderen Seite danken, meine Fürstin, aber ich bezweifle nicht, dass ihr euren Heimweg alleine finden werdet. Bitte nehmt meinen herzlichsten Lamp an. Die Leinbegenden, die hier eingesperrt waren, werden euch nie vergessen. Haltet die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Fragt nur. Oh, Moment mal. Hatte der Kampion noch was? Ja, der hat noch was dabei. Ein Hedepaden schafft und jede Menge Edelsteine. So, ein paar Kugeln für dich. Ein paar beißende Pfeile. Eine Helibadenschaft. Das interessiert mich. Ein Langschwert. Ein Hedepaden schafft. Teil der Helibarde Welle. Das ist ein Teil der mächtigen Helibarde Welle, die von einem Kult... Bla, bla, bla. Ja, und für den Rest müssen wir erstmal rasten. Hm. Wenn ihr es wollt. Oh, das ist einfach identifizieren lassen und dann verkaufen. Natürlich. So, damit haben wir das Gefängnis eigentlich hinter uns gebracht. Muss ich nur noch mit unseren Freunden hier reden. Mein geschätzter Rabe, tapfer wie immer. Ihr seid ein personifiziertes Gedicht. Ein personifiziertes Lied. Danke. Seid gegrüßt. Es gibt nichts, was wir tun können, um euch das zurückzuzahlen, was ihr für diese Gruppe getan habt, Malfus. Im wahrlichen Sein Wunder. Gebt uns erst seit so kurzer Zeit und doch habt ihr unseren Frieden mit eurem Blut erkauft. Mein Kind, mein Freund. Das ist eine Schuld, die ich niemals zurückzahlen kann. Gebt uns einfach Geld. Aber wir müssen gehen, bevor der Herr zu seiner Schreikräfte schickt. Ich werde meine Kräfte einsetzen, um einen weiteren Astraltunnel zu öffnen. Seid ihr bereit, Herr Danis? Der will unbedingt bei uns bleiben. Nein? Keine Schauspielereien mehr, Herr Danis? Kein Theater mehr? Der kriegt auch Erfahrungspunkte. Ich wünschte, ich könnte, Herr Danis, aber ich bin nur ein, wer weitere Motte, die eurer Flamme zu nahe kam. Euch zu lieben hieße, diese Flamme mit dem eigenen Tod zu ersticken. Das werde ich nicht tun. Seid doch kein Nahherr, Danis. Es gab keinen mysteriösen Schriftsteller, der unser Stück geschrieben hat. Ich habe der widerspenstige Lähmung geschrieben. Es war mein Stück. Ich habe uns all dies eingebrockt. Ich weiß, Freundin Rillis, mein Herz habt ihr für immer, aber ich muss tun, was zu tun ist. Vielleicht kann ich ja eine Weile zusammen mit Talisa reisen, aber die materielle Ebene lockt diesen Spatz in jedem Falle. Da geht mein wunderbarer Herr Danis, erinnert euch in eurem nachdenklichen Stunden mit Freude und Wehmut an uns. Und ihr Talisa geht mit Dank und nehmt dieses wunderbare Glühwürmchen mit. So mein Rabe, die materielle Ebene ist ein Turmplatz für uns beide. Sollen wir gemeinsam reisen, um hier um zu bestaunen? Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mehr anschließt. Ich denke, jeder von uns sollte getrennte Wege gehen. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Ich habe keine Verwendung für euch, Bade. Verschwindet und gehabt euch wohl. Ich denke, wir sollten getrennte Wege gehen. So soll es sein. Ich will noch eine kurze Weile hier der materiellen Ebene verweilen. Solltet ihr eure Meinung bald ändern, mein Rabe, dann findet ihr mich oben in der Taverne. So. Jetzt haben wir nur noch die Jagd auf Waliga Kotala offen. Jo. Obwohl es keine leichte Aufgabe war, ist es mir gelungen, Rellis und ihre Truppe sowie Herr Dalis aus dem Gefängnis in einer anderen Ebene zu befreien. Rellis und ihre Truppe sind geflohen, aber ihre magischen Kräfte waren noch stark genug, um einen Astraltunnel für mich zu öffnen, sodass ich nach Hause zurückkehren konnte. Yay. Stufenaufstieg. Mal sehen, wie viele Trefferpunkte es diesmal werden. Ergebnis Stufenaufstieg. Zusätzliche Priesterzauber. 1, 1, 1. Trefferpunkte Sagenkunde. Also nur zwei Trefferpunkte. Einverstanden. Aber zusätzliche Priesterzauber. Schutz vor Lebenskraftentzug noch ein. Stufe 5. Gerechte Magie. Das sollte ich wirklich mal öfter einsetzen. Oder allgemein einsetzen. Tote erwecken. Vereinte Kräfte. Nicht unbedingt. Kritische Wunden verursachen. Ich nehme mal Massenheilung. Obwohl. Wir nehmen noch eine Feuerlanze mit rein. Das klingt am besten. Jetzt könnte ich Auferstehung klären. Auferstehung ist besser als Tote wieder erwecken. Weil das kann ziemlich viel heilen. Ich könnte aber auch normale Genesung. Dieser Zauber erhöht das energetische Niveau des Zinzipzuidigen Energieverlust auf, den das Opfer durch untote Zauber oder andere Einwirkungen erlitten hat. Die Genesung stellt die Integänze des Wesens, das von Schwachsinn betroffen ist, wieder her. Der Zauber hält jede Form des Wahnsinns wie Verwirrung oder Berserkerrausch auf, heilt alle Trefferpunkte und kuriert Gift und Krankheiten. Das Wirken ist äußerst anstrengend. Er fühlt sich anschließend schlapp. Ja, im Gegensatz zur leichten Genesung, was ich hier habe. Das hier macht nur eben gerade Lebenskraftentzug oder andere Sachen von Untoten rückgängig. Das da ist die Superheilung, was ich aber allerdings jetzt gerade nicht brauche. Schild der Eichhunden. Das auf den geschützten Priestergefekte Zauber absorbiert werden und somit unschädlich verpuffen. Dieser Zauber absorbiert ein Zaubergrad je zwei Stufen des Priesters. Dies betrifft auch Zauber von Schriftrollen und zauberähnlichen Fähigkeiten. Ja, AEs wie Todeswolke werden nicht betroffen, bis der Schutz aufgebraucht ist. Ich kann Verwirrung. Tor. Mit Hilfe dieses Zauberstuf der Priester ist ein mächtiges Wesen von einer anderen Hebende herbei. Und zwar ein Höhlenschlundscheuser. Das Wesen greift seine Feinde an und wenn der Priester sich sehr vorsichtig hier ist, auch ihn und seine Freunde. Der Priester muss zuerst Schutz vor dem Bösen auf sich und seine Gefährten wirken oder der höhere Teufel bemerkt sie und reißt den Zaubernden und seine Gefährten in Fetzen und sie dann an ihren Überresten zu labern. Sonnenstrahl. Bei dem Zauber fährt ein Sonnenstrahl mit einem Radius von 6 Metern genau auf den Zaubernden herab. Alle Wesen im Wirkungsbereich erleiden 3 bis 8 Punkte Schaden und wenn ihnen ein Rettungshof gegen Zauber ist, werden sie für 10 Runden geblendet. Und hochte im Wirkungsbereich erleiden 1 bis 6 Schadenspolige Stufe des Zaubernden und müssen einen Rettungshof gegen Zauber bestehen. Scheitern sie, werden sie zerstört. Da, Symbol tot. Da ist es ja. Mit Hilfe dieses mächtigen Zaubers kann der Priester Symbol auf dem Erdboden und eine belebige andere Oberfläche zeichnen. Das Symbol bleibt an diesem Ort, bis sich jemand nähert. Jeder im Wirkungsbereich muss seinen Rettungshof bestehen oder sterben. Ja, das ist wieder das Symbol und nicht das Machtwort. Symbol der Furcht. Heiliges Wort. Erdbeben. Feuersturm. Wird dieser Zauber gewirkt, bricht im Wirkungsbereich ein Fernausbrünn und flammenlos. Kurz darauf schlangen, wühlen der Wawakum im Wirkungsbereich ein. Wesen im Wirkungsbereich erleiden 2 wie 8 Schadenspunkte plus 1 Schadenspunkt pro Stufe. Der Feuersturm stob vier Runden lang und jedes Wesen, das ihn im Wirkungsbereich nicht verlässt, erleidet den Schaden in jeder Runde. Gegen den Zaubers kein Rettungswurf zulässig. Das ist also sehr mächtig, aber auch sehr böse. Finger des Todes. Das ist auch lustig. Es muss ein Rettungswurf minus 2 gegen Tod bestehen oder sterben. Beim erfolgreichen Wettungswurf erleidet es 2 wie 8 Schadenspunkte pro Stufe des Zaubernden. Ich nehme den Zauber. Weil das ist ein Nahkampfzauber. Sichtweite des Zaubernden. Permanent. 5 Zeitaufwand. Ein Wesen. Hm, Sichtweite. Das dürfte eigentlich auch gehen. Regeneration. Mit Hilfe dieses Mating- und Zaubers verlehrte Priester ein Wesen, die Fähigkeit zu regenerieren. Erlebene Verletzungen, Heine und Selbstverlone Gliedmaßen binden sich neu. Der Zauberregeneriert alle 10 Sekunden einen Trefferpunkt an und hält an, bis die Wirkung endet oder der Zauber gebannt wird. Wird der Zauber beispielsweise für einen Priester der 14. Stufe gewirkt, so regeneriert das Ziel 7 Runden lang 18 Trefferpunktige Runde. Das ist eigentlich recht mächtig. Priester der wievielten Stufe? Wir sind ein Priester der 14. Stufe schon. Ähm, nee. Erstmal nicht. Finger des Todes probiere ich jetzt erstmal aus. So, jetzt ist das Theater halt nicht mehr besetzt. Das heißt, der Besitzer der Bar kann hier unten irgendwas anderes reinbauen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das... Euer Wunsch ist mein Begehr. Wir können hier eine Rast antreten. Wir uns der Gnom anquatschen. Oder rennt er einfach nur in der Gegend rum. Ach, das ist eine mit dir. Vorsicht, Großling. Ich bin der Halblingsdienst. Ich bin kein Fuß... Äh, Dings. Zum mir leid, kleiner Halbling. Ah, ja. Ja, ich möchte sehen, was ihr habt. Einmal königlich rasten. Das können wir uns leisten. Habe ich daran gedacht, die Schwierigkeitsstufe wieder hochzustellen? Ja. So, das heißt, wir können jetzt wieder mal zur Walkens Promenade gehen. Auf Sie, Leute. Wir lassen uns von diesem wertlosen Streuen. Ich habe dann nicht unsere Nachtrauben. Bleib vom Kampfgeschehen fernnah. Ihr habt damit nichts zu tun. Einer von diesen Nachtschleichern, der uns... Einer weniger von diesen Nachtschleichern, der uns plagen kann. Zur Hölle, wenn das das Beste ist, was sie geben können, dann haben wir Schattenliebe nicht mehr lange eine wettbewerbsfähige Gilde. Zurück zur Gilde, um unsere Wunden zu versorgen und uns auf einen neuen Tag vorzubereiten. Wir schlagen wieder zu, wenn der Mond am Himmel steht. Ja, die haben ganz schön schnell einen kurzen Prozess mit den Vampiren gemacht. Ich glaube, die Schatten-Gilde bereitet sich langsam auf die Vampir-Gilde vor. Das erklärt übrigens auch den Angriff der Schatten-Diebe auf Irenikus' Labor. Weil der mit Bodi irgendwie unter einer Decke steckt und Bodi ja ein Problem für die Schatten-Diebe ist. Oh ja, Gegenstände identifizieren, bevor ich hier weitermache. Stab der Himmel, der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Stab der Blitze, nein. Adjanta, der Trinker. Besonder empfehle ich drei Trägeres, Gemung gegen Bezauung und Beherrschung. Jeder Treffer mit dem Schwert hat einen Schadensport-Täfer. Kann nicht verwendet werden von Druiden-Klerikern, Magiern. Hm.